servus leute herzlichen willkommen hier mitten aus word of tanks ich fahre mal wieder eine runde frontline ja ich habe gedacht ich bringe mal wieder was frontline mäßig und das neue an meinem format also an meinem video hier ist dass ich neuerdings ein bisschen mit musik spiele schreibt es mal in die kommentare ob das ok ist ob das gut ankommt dann mache ich das öfters mit musik nur so ein bisschen untermalen vielleicht ein bisschen lauter ich brauche wieder kohle jetzt spielen wir mal ein paar tage konzentriert frontline dass ich meinen nächsten zehner kaufen kann der kostet wieder über sechs mille kostet gut eine runde frontline für euch ich hoffe die musik ist nicht zu laut ich sag wenn was nicht passt ich bin froh über jeden kommentar über jeden tipp so mit pink wird angegriffen Gucken wir mal wo sie sind. Kontrolle über Zoll im See verloren. Der Gegner erhält mehr Zeit. Ach komm RNG. Ist jetzt ein Pixelshot. Oh das ging schnell mit dem Cap A. Na dann ziehen wir uns mal zurück. Ganz toll. Also so schnell ging es noch nie. Wir haben uns erfolgreich zurückgezogen. So, so erfolgreich. Jawohl. Schon schick oder? Für mich sind Panzer wie für Frauen Schuhe. Das Besonderes. Aber lassen wir das Thema. Ihr versteht was ich meine oder? Läuft ja super. Spitzenmäßig gerade. Na was ist los? Compte nomas? Ich kann nicht sagen. Wenn du hier bist, bist du da da? Du willst du da da da? Bis zum nächsten Mal. Ho war schon! Bist du das PSG derischen Lang. Also auf dieser Seite ist es geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das ist ja gar nichts D scheint ziemlich ungeliebt zu sein wir schießen ihn ein bisschen in den Hintern Hi mein Freund Verkaut euch über den Tone B verlohn, angreiche euer Halten mehr Zeit Puh, ist nichts los, Mann. Ich fange gleich an zu grillen. Selten so ein schwaches Gegner-Team gehabt. Ich weiß was, ich versuche da mal rüber zu kommen. Da ist doch was, nein, der ist da drüben. Oh, da war doch ein Tunnel, oder? Ja. Nehmen wir noch mit, oder? Das ist gut dämmlos. Soll. Tone in Hochschule erkleuchtet. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit der Lautstärke. So, was nehmen wir. Und ich würde sagen... Mit den Burschen habe ich auch eine kleine Rechnung. Komme ich da hoch? Na? Na, Alter. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sie haben die Hauptziele erreicht. Schützen Sie sie um jeden Preis. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Fast hätte ich dich gehabt. Dafür bist du gestorben. Hahaha. Geil. Das ist eine gute Pose. Ich weiß nicht, ob ich mit jedem darüber komme. Aber schauen wir mal. Mit Schwung. Mit Schwung. Oder? Let's go. Oh. Sehr schöne Stelle zum Flankieren. Das war halt jetzt ein Light zu viel. Ein Jodelhofen. Das sind für mich irgendwie keine Lights. Normal komme ich da hoch. Ah, Mr. Camara. Wir kennen uns doch. Haben wir nicht schon mal Bekanntschaft gemacht? Lusche. Das ist besser. Mr. Chimera, du bist doch bestimmt da, aber ich dich kenne. Na komm, das ist richtig doch. Da ist er. Ha, ja klar. Logisch. Schau, dass er nicht reinfahren kann. Nehmen wir ihn jetzt endlich raus, diese Zecke. Der lebt immer noch, der Penner. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Schwere Artillerie ist bereit. So, das war's für dich, mein Freund. Boah, geht hier wie auf die Nüsse, ey. Bleib stehen, bleib stehen. Zack, 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 zack. Und tot. So, jetzt können wir in Ruhe arbeiten hier. So, jetzt können wir in Ruhe arbeiten. So, jetzt können wir in Ruhe arbeiten. Jetzt kann ich mich hierher kommen. So, jetzt können wir in Ruhe bleiben. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Lass mal nochmal zugehen. Ich habe hier verloren. Gegenfahrzeug ausgeschaltet. Ja, Bärbin auch 524. Hm. Was haben wir dahinter? Wird angegriffen. Nur warten bis so ein Eierkopf geradeaus fährt. Ja. 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 Da kommen noch ein, zwei Schüsschen. Oh Kohle. Was? Ich baue uns an dem Mistkübel. Amix 10C. Geil. Okay. Bereit zum Einsatz. Warte mal. Los geht's. Der ging nicht durch. Sie erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Guck mal. Der fährt doch bestimmt gut lang. Nein. Der fährt da lang. Hehehe. Zone D wird angegriffen. Unsere Verstärkungen sind eingefrafen. Ah, jetzt wollte ich ihn verarschen pro Ghetto. Nein! Damage ist damage! Muss ich jetzt warten? Bereit zum Einsatz! Oh yeah! Kontrolle über Zone D verloren! Der Gegner erhält mehr Zeit! Los geht's! Der Gegner erhält mehr Zeit? So, so? Hm, ich glaube es ist so offensiv! Äh, gerade denke ich es noch! Oh ne, mein alter Bekannter! Okay, reicht! Tschüss! Edge! Ups! Äh! Ich muss mir angewöhnen einfach zu campen! Okay, jetzt ist, denke ich, vorbei! Jetzt sehen wir mal das ganze Ding aus der Vogelperspektive! Kennt ihr das schon von Frontline? Da oben ist so ein komischer Kreis! Naja, so ist es halt! Naja, so ist es halt! Wunderbar! Schauen wir uns mal diese Chirmchen an! Oh! So, jetzt seid ihr alle besoffen! Schauen wir uns noch ein bisschen zu! Na, vielleicht komme ich doch noch mal rein! Aber ich glaube es war es nicht! Alles rot jetzt! Ziel 1 wird angegriffen! Ziel 1! Ziel 1! Bis jetzt sieht es noch gut aus! Naja! Geht so! Ich glaube, das war es mit Ziel 1! Ziel 2 wird angegriffen! Kontrolle über alle Hauptlineen verloren! Uh! Es brennt! Naja! Geht besser! Aber gut! Frontlinie ist auch schon zur Routine geworden! Das ist eine reine Geldmaschine! Aber sehr zeitintensiv! Also man muss wirklich! Man muss wirklich Zeit mitbringen! So! Schauen wir mal! 1. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch hochlade heute, oder ob ich es überhaupt hochlade. Ich muss erst selber mal den Ton checken. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Kritikpunkte habt, oder Musik zu laut, zu leise, was weiß ich, wie Shibashi war, dann sagt mir einfach Bescheid in den Kommentaren, würde mich freuen. Und ja, bis dahin, haut rein Leute, bis dann.